Ja, danke. Ja, danke schön. Ja, 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 es stimmt. Wir sind ein ganzes Stück weitergekommen mit unserem Film Schein oder nicht, Gagel. Ja, genau. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken bei allen Unterstützern und Unterstützerinnen. Trotzdem, danke, danke, Gagel. Trotzdem gibt es noch keinen Grund zu feiern. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Geld. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee. Nur. Geld hat die Olli Kacke, Manu. Sonst, Pen, 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 Pen. Der Kacke, Manu. Ja, ja, ja. Ne. Nur. Geld hat die Olli Kacke, Manu. Sonst, Pen, 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 Pen. Pen, 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 Pen. Mach mal bitte. Also, nach wie vor finden Sie Informationen zum Crowdfunding hier. Und natürlich geht auch immer noch unsere Spendennummer hier. Eine SMS kostet 2,99 Euro. Als kleines Dankeschön gibt es einen Zugangscode für den exklusiven VIP-Bereich auf www.maulwurf-derfilm.de Tja, bleibt mir nur noch, mich nochmals ganz herzlich zu bedanken und mich für meinen umgehobelten Kollegen zu entschuldigen. Und wä? Auf Wiedersehen. Kichin. Kichin.